Stell dir Folgendes vor, es gäbe eine geheime Liste mit 10 konkreten Dingen, die jeder gute und erfolgreiche Profimusiker anwendet und die garantiert funktionieren. Was wäre, wenn du diese Liste in deinen Händen halten würdest und wüsstest immer genau, was der nächste Schritt ist und was du tun musst. Du müsstest nur noch eins nach dem anderen abarbeiten und niemand kann dich aufhalten, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Sowas gibt es nicht. Hi YouTube, Jochen hier von Schlagzeug-Video-Coach.de. Ich überlege seit Tagen, wie ich dieses Video eröffnen soll. Ich wollte eigentlich davon berichten, wie schwierig es als YouTuber ist, immer neue Themen zu finden, die relevant, unterhaltsam sind und natürlich auch dem Zuschauer einen Mehrwert bieten. Ich wollte davon berichten, warum ich dieses Video mache, dass ich seit Jahren recherchiere, viel gelesen habe, Online-Kurse belegt habe und mit tollen Künstlern und Profis gesprochen habe. Und wie es mich manchmal ärgert, dass alles so schnelllebig ist, dass keiner mehr Zeit und die Geduld hat, sich wirklich mal auf eine Sache einzulassen und nicht gleich wegzuklicken. Aber warum das alles? Weil dieses Video mir so wichtig ist und meine zehn wertvollsten Tipps als Profimusiker und als Musiklehrer enthält. Es ist für alle Musiker und nicht nur für Schlagzeuge geeignet. Ich werde bei allen Punkten für alle was dazu sagen. Auf diesem Kanal dreht sich alles darum, wie du als Musiker besser werden kannst. Und ich versuche, Dinge hier einzubauen, die ich gerne viel früher, vor Jahrzehnten schon gewusst hätte, die man aber erst im Laufe der Jahre und vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung im Musikerleben lernt und weiß. Das beste Video bringt dir absolut überhaupt nichts, wenn du nicht ins Anwenden und ins Tun kommst. Du musst es also wirklich machen und mir ist völlig bewusst, dass natürlich nicht jeder die gleichen Ziele, Ambitionen und Voraussetzungen hat. Es geht also auch nicht darum, dass du sofort all diese zehn Dinge umsetzen musst. Aber wenn du nur einen dieser Punkte für dich entdecken und umsetzen kannst, wird sich ein positiver Effekt einstellen. Und wenn du alle zehn Dinge sofort umsetzt und in einem halben Jahr der beste Schlagzeuger der Welt bist und den tollsten deutschsprachigen Schlagzeugkanal hast, umso besser. Nee, das möchte ich nicht. Okay, genug der Vorworte. Ich glaube, es ist klar, worum es mir hier geht. Ich weiß, das hier ist keine schnelle Unterhaltung, aber zu meinen Schülern würde ich sagen, ich schenke dir hier einen Goldbarren mit ganz viel wertvollem Wissen, das du umsetzen kannst und wo ich überzeugt davon bin, dass es dir wirklich hilft. Wenn man sich die erfolgreichsten Leute in einem bestimmten Bereich anschaut, stellt man fest, dass die meisten von denen ganz viele Gemeinsamkeiten haben, was ihre Vorgehensweise und die jeweiligen Tools betrifft, die sie eben verwenden. Und genau diese zehn Dinge für Schlagzeuger und genauso anwendbar für viele andere Musiker, verrate ich dir jetzt. Punkt Nummer eins, sich selbst aufnehmen und Realität herstellen. Seit ich Videos mache und mich mit Recording beschäftige, hat sich mein Spiel maßgeblich verändert und verbessert, weil du natürlich immer sofort eine direkte Rückmeldung erhältst und nichts als die nackte Wahrheit. Warum klingen Leute wie Steve Gade oder Jeff Boccaro oder viele der anderen tollen Drummer so gut und warum spielen sie so musikalisch? Weil sie in hunderten und tausenden Aufnahmesessions genau gelernt haben, was funktioniert und was nicht und wie sie selbst klingen. Und das ist gemeint mit Realität herstellen. Die Frage ist, wie empfindest du etwas, während du es spielst? Was glaubst du, wie es klingt und was es für einen Effekt hat und wie ist der wirklich? Es geht nicht darum, dass man nicht mehr frei spielen soll oder sich nichts trauen soll und improvisieren soll und auch mal Risiken eingehen soll während dem Musizieren, aber es geht darum, einfach die Sinne zu schärfen, immer im Ernstfallmodus zu spielen, als wäre es das wichtigste Recording der Welt und ganz einfach bewusster zu spielen. Dazu brauchst du kein unendlich teures, professionelles Studio-Equipment. Im Prinzip reicht dein Smartphone oder was du eben zur Verfügung hast. Video optimal, um dich zu sehen und zu hören, aber ich empfehle dir explizit auch mal nur Audio aufzunehmen oder eben nur anzuhören, damit du dich wirklich mal nur auf diese eine Sache konzentrieren kannst und mitkriegst, wie du wirklich klingst. Punkt Nummer 2. Übe mit einem Spiegel und kontrolliere deine Bewegungen. Das ist nicht nur für Schlagzeuger interessant, sondern im Prinzip für alle Musiker, die damit verschiedenste Dinge einfach überprüfen, verbessern und analysieren können. Also wie hältst du die Drumsticks oder entsprechend dein Instrument? Wie ist die Handhaltung? Gibt es Korrekturen, die nötig sind, was die Körperhaltung betrifft? Was passiert in deinem Gesicht, während du spielst? In vielen Unterrichtsräumen hängen Spiegel und werden auch selbstverständlich genutzt. Nicht nur für Musiker, auch bei Tanzunterricht oder bei Schauspielern. Aber leider setzen es dann doch die wenigsten Schüler und Musiker trotz aller Empfehlungen und trotz des Wissens um die Wichtigkeit für sich zu Hause beim Üben um und verschenken das Potenzial. Punkt Nummer 3. Die innere Uhr stellen und laut zählen. Natürlich weiß jeder Musiker, wie wichtig es ist, ein gutes Timing zu haben und hier mit dem Metronom zu üben und auch jederzeit spielen zu können. Genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, ist es aber, an seinem internen Metronom, also der sogenannten inneren Uhr, zu arbeiten, sodass man sich auch ohne Metronom in einem möglichst großen Tempobereich wohlfühlt und sich auf sein Rhythmusgefühl und Timing verlassen kann. Und das trainierst du am besten damit, dass du bei allem, was du spielst, in der Lage bist, es auf den jeweiligen Puls, also in den meisten Fällen den Viertelpuls, beziehen zu können. Durch laut zählen. Für uns Schlagzeuger ist es der Viertelpuls, während wir spielen. Solltest du bei deinem Instrument während dem Spielen nicht sprechen können, dann benutzt du eben eine andere Möglichkeit, den Puls für dich fühlbar und sichtbar zu machen, zum Beispiel, indem du also mit dem Fuß mitspielst. Wenn du das ausprobierst, wirst du sehen, dass das eine der effektivsten und genialsten Übungen aller Zeiten ist. Das Lautzählen schafft Unabhängigkeit und bringt eine neue Ebene ins Spiel, denn dein Gehirn muss in einem anderen Bereich, nämlich im Sprachzentrum, noch eine zusätzliche Aufgabe ausführen. Du musst also Dinge wesentlich bewusster spielen und es werden dir absolut Schwächen und Defizite aufgezeigt, sodass du gezielt daran arbeiten kannst und dein Timing und deine innere Uhr wahnsinnig verbessert werden. Punkt Nummer 4. Routinen schaffen und Zeiten etablieren. Du musst dir bewusst darüber sein, dass es, um bestimmte Fähigkeiten zu erlangen, eine bestimmte Zeit braucht, die du investieren musst. Natürlich geht es hier nicht um die Quantität, also explizit, wie viel Zeit du investiert, sondern genauso wichtig ist auch, dass du die Zeit möglichst effektiv und sinnvoll wirklich zum Üben nutzt, also die Qualität dieser Zeit. Heutzutage haben wohl eher die Wenigsten das Gefühl, sie haben zu viel Zeit, sondern meistens kommen Sachen zu kurz oder man kriegt gar nicht alles im Tagesablauf unter. Hier könnte ein ganz einfaches Time Management helfen, also keine Wissenschaft, sondern du könntest dir über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen mal notieren, wie so dein Tagesablauf aussieht, alle zwei Stunden ein paar Notizen, was du in der Zeit gemacht hast und schnell findest du raus, wo Lücken sind, wofür deine Zeit wirklich verbraucht wird und was du möglicherweise ändern kannst. Where your time goes is what you value. Will sagen, du bestimmst letztendlich selbst, wofür du deine Zeit verwendest und du setzt selbst die Prioritäten. Manche Dinge können wir nicht verändern, weil sie zu unserem Leben dazugehören, aber es gibt auch Dinge, die sehr wohl veränderbar sind und die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Mit Routinen schaffen meine ich, wenn du erstmal den Anfang gemacht hast und eine bestimmte Zeit etabliert hast in deinem Tagesablauf und in die Woche mit einplanst, dann wird es immer leichter und du schaffst es, in eine Spirale zu kommen, die sich immer weiter nach oben dreht und dich positiv beeinflusst. Mein konkreter Tipp hier, starte mit einer kleinen Zeit, die du aber regelmäßig einbauen kannst. Generell gilt natürlich, je mehr Übezeit, desto besser. Sie muss aber mit deinem Leben vereinbar sein und alles, was du tust, ist besser, als wenn du nichts tust. Punkt Nummer 5, Stimmen üben und Sound entwickeln. Das ist jetzt natürlich sehr individuell und je nach Instrument unterschiedlich. Natürlich werden zum Beispiel Gitarristen schon in einer der ersten Unterrichtsstunden oder wenn sie anfangen, lernen, wie man das Instrument richtig stimmt. Bei uns Schlagzeugern ist das eher so ein schwieriges Thema. Als erstes der Tipp für die Schlagzeuge, nimm dir mal vor, fünfmal direkt hintereinander alle Fälle hier lose oder abzuschrauben und wieder neu aufzuschrauben und zu stimmen. Das kannst du auch über einen längeren Zeitraum machen, dass du sagst, okay, innerhalb einer Woche mache ich das jeden Tag. Ganz egal, aber so hast du innerhalb kürzester Zeit die Stimmerfahrung, die du sonst vielleicht nur über Jahre hättest, wenn du dir vorstellst, dass du nur alle paar Monate oder sogar Jahre deine Fälle wechselst. Es geht also darum, das Stimmen zu üben, aber auch eine eigene Soundvorstellung zu entwickeln, indem du eben viel ausprobierst, dir viel Musik und bewusst andere Vertreter deines Instruments anhörst. Das kann natürlich genauso die jeweilige Spieltechnik sein, die den Sound verändert. Und das gilt ja nicht nur für uns Schlagzeuge. Also eigene Soundvorstellungen entwickeln, mit dem Sound experimentieren und vor allem auch die volle Kontrolle und das Bewusstsein für deinen Sound zu jeder Zeit weiterentwickeln. Hey, Cut aus Zeit. Ich grätsche hier mal das erste Mal in mein eigenes fertiges Video rein. Ich habe beim Schneiden einfach festgestellt, es macht mehr Sinn, zwei schöne Teile draus zu machen und du kannst direkt im Anschluss hier in Teil 2 weiterschauen und erfährst auch, warum ich das gemacht habe. Viel Spaß mit Teil 2. Bis gleich.